Herzlich Willkommen! Hier in diesem Video möchte ich nun vorstellen, wie der Finanzplan für Niedersachsen zum Beispiel aussehen kann. Und ja genau, ich zoome einmal ein bisschen raus. Also in Niedersachsen ist es so, da sind die Schülerkostensätze, wie viel Geld man pro Schüler bekommt, zum einen niedriger als das in zum Beispiel Hamburg der Fall ist, deutlich niedriger. Und zum anderen berechnet es nicht kompliziert. Es gibt dafür so eine Excel-Tabelle, mit der man das berechnen kann. Und wenn man da die Daten eingibt, also wie viele Lehrerstunden man hat und wie viele Schüler man hat und welche Schulform man hat, dann kriegt man dafür bestimmte Werte raus. Und da habe ich jetzt mal so grobe Werte, die da so ungefähr rauskommen, hier eingetragen. Dieses Finanz-Tool, also diese Excel-Tabelle, die findet man im Internet irgendwo auf der Seite vom Niedersachsenen Kultusministerium zum Thema freie Schulen. Und ich habe da neulich noch einmal geguckt vor ein paar Wochen und habe es da auf Anhieb nicht mehr gefunden. Aber ich hatte es noch gespeichert, weil ich es vor einem halben Jahr mal herausgesucht habe. Es kann sein, dass das jetzt sich geändert hat. Im Zweifelsfall würde ich einfach da anrufen oder da eine Mail hinschreiben. Aber ich nehme jetzt einfach mal das, was ich habe. Und zwar, das sieht so aus. Also ich wähle jetzt zum Beispiel hier aus, was ich jetzt haben möchte, zum Beispiel eine Grundschule. Dann gehe ich hier auf Grund, Haupt, Realschule. Weil auf dem Papier gibt es zum einen eine Grundschule und zum anderen halt eine weiterführende Schule. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, was das dann später weiterführend sein könnte. Ob es eine Hauptschule, eine Realschule oder eine KGS ist oder was weiß ich, oder eine IGS. Und also ich weiß von anderen freien Schulen in Niedersachsen, dass die halt auch nach reformpädagogischen Konzepten unterrichten, dass die häufig als Oberschule eingestuft sind. Und dass das dann häufig am besten ist, wenn man halt auch selber das anstrebt, weil dann kriegt man halt mehr Geld. Dass man halt so eingestuft wird im Bereich Oberstufe. Aber ich gehe jetzt mal auf Grundschule erstmal. Dann stehen hier verschiedene Schülerbeträge nach öffentlichen Schulen, auch Stundensatz und so weiter. Das steht jetzt für Kram. Das interessiert uns jetzt aber erstmal nicht. Was jetzt wichtig ist, ist hier bei Schülerzahlen, also da haben wir in unserem Finanzplan am Anfang 16 Grundschüler, von denen wir mal ausgehen. Jetzt gehe ich nochmal hier drauf. Das sieht man hier auch. Anzahl Schülerzahlen, Grundschüler im ersten Jahr, 16. So, jetzt gehe ich mal auf das Modul hier. Und jetzt muss ich eintragen, wie viele Unterrichtsstunden der Lehrkräfte gibt es denn bei diesen 16 Schülern. Da würde ich sagen, in der Theorie gäbe es jetzt eine Lehrerstelle. Und die hat, sagen wir mal, 30 Unterrichtsstunden. Und dann gebe ich das ein, dass es halt 13 Unterrichtsstunden sind, die diese Lehrerin da gibt. Also jeden Tag ist die halt von 8 bis 13 Uhr anwesend, weil wir jetzt erstmal nur eine Halbtagsschule rechnen, die von 8 bis 13 Uhr geöffnet ist. Und wenn man das eingibt, dann kommen da so Zahlen raus. Und am Ende steht hier Schülerbeträge an ihrer Schule. Festsetzung, das als Schülerbetrag wäre, was man jetzt kriegen würde, pro Schüler, 2570 ungefähr. Und dann gibt es aber noch einen maximalen Erhöhungsbetrag. Das sind insgesamt so gerechnet auf diese 41.000 Euro so ca. 20%. Und dieser Erhöhungsbetrag, der kann als zusätzliche Erhöhung zu den Sozialabgaben dazugerechnet werden. Und man wird höchstwahrscheinlich auch eine Hilfe bekommen vom Staat zu den Sozialabgaben in Niedersachsen. Da gibt es so einen komplizierten Rechnungsschlüssel. Aber man kann davon ausgehen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, naja, 20% von 2.500, 2.600 sind halt so 500 Euro. Und wenn man dann mal so ein bisschen konservativ rechnet, dann tragen wir einfach mal 2.800 Euro da so ein. Oder 2.900 so. Jetzt so Pi mal Daumen. Habe ich ja 2.800 Euro da mal eingetragen. Weil hier ja auch die Sozialabgaben schon drin sind in diesem Plan. Und für die Oberschüler ist es genau das Gleiche. Für die Oberschüler trage ich jetzt hier eine Oberschule. Trage auch ein 30 Stunden und 16 Wochen, äh 16 Schüler. Ne, weil auch 16 Schüler in der Oberschule hier vorgesehen sind, da. So, ne. Insgesamt am Anfang 32 Schüler, in der Theorie zumindest. Und dann kommen wir hier rauf auf 3.760. Plus ein Erhöhungsbetrag in Höhe von so ungefähr 15, 18% von dem, was insgesamt so an Schüler... ...zu rechnen ist. Wie ja genau das Gleiche, ne. 20% von 370, ne. Sind so... 700, weiß ich nicht. So um den Dreh. Und ich habe mal konservativ gerechnet und habe jetzt einfach mal 4.000 Euro da eingetragen. Also es könnte durchaus sein, dass es noch mehr ist, dann das man da kriegt. Aber man will ja eher ein bisschen konservativer rechnen. Ja. Jetzt... ...habe ich hier halt eingetragen ein monatliches Schulgeld. Was jetzt bei uns, äh, 220 Euro im Durchschnitt beträgt. Was aber noch gestaffelt ist, sozial. Dazu kann ich gleich noch mehr sagen. Also, beziehungsweise... ...wir haben eine Schulgeldtabelle. Diese Schulgeldtabelle setzt sich so zusammen, dass man halt guckt, okay... ...bem Nettoeinkommen der Eltern teilt man das Nettoeinkommen der Eltern halt... ...des Haushaltes, so, ne. Also Kindergeld, das Nettoeinkommen, das alles, was die Eltern so haben. Geteilt durch die Anzahl der Leute im Haus. Das sind normalerweise Eltern plus Kinder. Wenn ich jetzt zum Beispiel 3000 Euro Netto habe im Haus... ...und ich habe zwei Eltern und zwei Kinder, habe ich geteilt durch 4. 3000 durch 4. Ne, weiß ich nicht so... Ja, wie viel ist das? Gute Frage. Äh, 700 noch was irgendwie. Dann bin ich irgendwo hier bei... ...in dieser Gruppe oder bei dieser Gruppe hier. Dann habe ich halt wahrscheinlich... ...ähm, 750, zweimal 750, 1.500, ja genau, da sind das 750 noch. Das heißt, ich habe jetzt genau 220 Euro pro Kind zu zahlen als Schulgeld. Wohingegen, äh, wenn ich jetzt deutlich weniger hätte, ne, dann hätte ich vielleicht nur 110 Euro zu zahlen. Oder wenn ich deutlich höheres Einkommen hätte, ne, dann hätte ich vielleicht hier, wenn ich jetzt 4 Leute im Haushalt habe und ich habe auch 4.000 zur Verfügung, dann hätte ich hier 308 Euro zu zahlen. So. Und so ergibt sich halt im Durchschnitt ein Schulgeld von 220 Euro. Und, ähm, dann gibt es hier diese Lehrerstellenberechnung, die ist ein bisschen jetzt kompliziert. Hier habe ich jetzt einen Schlüssel von 32 Schülern und eine Lehrerstelle pro 14 Schülern. Allerdings, ähm, sind am Tag ja immer nur 5 Unterrichtsstunden. Und ein Tag hat aber theoretisch ein Arbeitstag, hätte 8 Zeitstunden. Aber die Schüler sind, die Lehrer sind ja nur 5 Stunden anwesend. Also, eine Anwesenheitsstunde ist hier gerechnet als eine Unterrichtsstunde. Was an der realen Schule ja nicht so ist. Also an der Regelschule. Aber, ähm, bei uns ist es halt so, dass die Lehrer halt anwesend sind und halt im Prinzip immer zur Verfügung stehen für die Bedürfnisse der Kinder. Aber das kann auch mal sein, dass der Lehrer dann zwischendurch mal eine halbe Stunde lang irgendwas am Computer macht. Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, die Schüler gerade sich alleine beschäftigen oder so. Genau. Also die Anwesenheitszeit ist die Arbeitszeit. Das heißt, man hat, wenn man 5 Mal die Woche von 8 bis 13 Uhr da ist, eine 5 Achtelstelle. Und, ähm, jetzt haben wir an vollen 40 Stunden die Woche Stellen 1,428, so, hier am Anfang. Wobei es immer eine volle Schulleiterstelle gibt, ähm, aus zwei ganz pragmatischen Gründen. Erstens, der Schulleiter muss ja noch andere Dinge tun. Er muss, ähm, sich am Anfang noch mit um die Geschäftsführung kümmern. Und er muss, ähm, gucken, dass, äh, die, die ganzen organisatorischen Dinge, sowas wie Werbung für die Schule organisiert wird. Dass halt, ähm, Sachen wie, wenn es Nachmittags- und Nachmittagsbetreuung gibt, dass dann zum Beispiel auch Mittagessen-Catering organisiert wird. Ähm, dass vielleicht auch eine Kommunikation mit den Eltern da ist, weil Eltern nochmal zusätzlich Fragen haben und so weiter. Und, ähm, das alles zusammen, der ganze administrative Aufwand, ist halt dann auch in diesen drei Stunden quasi Nachmittags mit drin, ne? Und der andere pragmatische Grund ist einfach der, dass ich, wenn ich eine Schule gründe, im Vorfeld da selber viel Energie rein investiere, ich später da auch als Schulleiter quasi arbeiten möchte, dann würde ich mir so ein, ähm, Bruttogehalt von hier so 4700, 4800 zahlen. Was so ungefähr das ist, was, ähm, man in der TVL E15-Gruppe kriegen würde, vom öffentlichen Dienst, in dieser Eingruppierung. Und, äh, netto habe ich damit sogar noch einen Ticken weniger, als ich im Moment als verbeamteter Lehrer in einer Regelschule habe. Also, der Gedanke ist einfach der, dass ich nicht deutlich weniger haben will, netto, als ein normaler Lehrer an einer Regelschule, der verbeamtet ist. Ähm, weil ich habe ja auch mehr Verantwortung, ich gründe die Schule, ich habe auch ein Risiko, was ich eingehe, und ich möchte dann nicht noch dafür extrem stark jetzt finanziell bestraft werden, dafür, dass ich so viel Risiko auf mich nehme und auch noch Verantwortung mehr trage. Ähm, genau. Dann ist es so, wenn jetzt ein Lehrer ganz normal angestellt ist, dann wird er halt auch nach TVL E13 bezahlt. Das wäre für eine volle Stelle, ähm, 3500, so um den Dreh, ne, da kann man in Entgelttabellen das genauer nachgucken, und dann kann man sich überlegen, ob man auf dem Pfennig genau oder auf dem Cent genau das zahlen will, was in den Tabellen drin ist, oder ob man das einfach sagt, okay, bei uns kriegen alle Lehrer irgendwie 3500, oder ob man das nach Erfahrung staffelt, oder wie auch immer. Ähm, diese Gruppe hier E6, das fällt eigentlich weg, das ist für Erzieher, aber in Niedersachsen hat man, kann man einen Erzieher eh nicht als Lehrer einstellen. Und, ähm, wenn man den so einstellt, dann kriegt man dafür also keine Förderung vom Land später, ab dem vierten Jahr. Von daher ist das eigentlich wurscht. Ähm, ja, also diese beiden Dinge hier spielen eine Rolle, das heißt, neben der einen Schulleiterstelle gibt es hier noch 0,43 Lehrerstellen übrig, jetzt so. Ähm, genau. Kann man das gar nicht machen. Ähm, und dann kann man als Tagespflegeperson für bis zu fünf Kinder nachmittags eine Hortbetreuung anbieten, die in Niedersachsen häufig auch, ähm, finanziert wird von der Kommune, zumindest zu einem Teil, je nachdem, wie viel Geld man als Familie so verdient. Und, ähm, dann kann man, können diese Menschen halt nachmittags ein Hortangebot machen, das ist dann aber selbstständig, das machen die dann halt unabhängig von der Schule als Träger. Oder die Schule kriegt dann vielleicht sogar noch ein bisschen Geld, weil sie ja offiziell die, ähm, Räume vermietet. Das könnte sie aber auch symbolisch für einen Euro tun an die Tagespflegepersonen, weil die Schule das ja auch will. Und theoretisch könnten auch die Lehrer, die an der Schule angestellt sind, nachmittags da als Tagespflegepersonen arbeiten. Und, äh, die würden dann aber auf eigene Rechnung da quasi dann arbeiten. Und auf die Art und Weise kann man halt das sicherstellen, dass es auch eine Nachmittagsbetreuung gibt, die dem Schulbetrieb sehr ähnlich ist. Und, ähm, rein formell darf man, äh, nachmittags keine Dinge anbieten oder keinen Unterricht machen, der, ähm, sagen wir mal, vormittags jetzt pflichtmäßig zu belegen wäre. Aber da der Unterricht der Vormittags sowieso hauptsächlich auf freier Basis ist, auf freiwilliger Basis, ist, ähm, da dieser Übergang sehr schwammig und sehr frei. Und, ähm, ja, also die Hortbetreuung ist halt vom Gesetzgeber so gedacht, dass man da so Sachen macht, sowas wie AGs oder, äh, Freizeitangebote und so. Aber wenn jetzt man jetzt in seiner Freizeit, sagen wir mal, ähm, Lust hat, nochmal mehr Mathe zu lernen, dann wird man ihm das ja nicht verwehren. So, also, hm. Ähm, soviel zum Thema Hort- und Nachmittagsbetreuung. Und die Kinder, die halt nur vormittags kommen wollen, die kommen halt nur vormittags. Und die Schule ist von der Finanzierung unabhängig von diesem Nachmittagsangebot. Jetzt haben wir hier, so wie vorher in dem Beispiel für Hamburg besprochen, auch, äh, die Gelder für die Mitarbeiter, ähm, die stundenweisen Beschäftigten, die Sozialversicherung ist unten auch irgendwo. Ich finde es gerade gar nicht. Wo ist denn hier mal ein großer Posten? Äh, ich, ah, hier, Sozialversicherung, genau. Das sind übrigens auch die Kosten, die dann hier teilweise übernommen werden können, durch diesen Erhöhungsbetrag. Das haben wir ja einmal hier 12.000 Euro, ne? Und einmal haben wir hier, ähm, hatten wir hier so 8.000 Euro, na, 9.000, 12.000, 21.000 Euro irgendwie könnten maximal übernommen werden. Und, äh, also, es gibt da ja einen Sozialabgaben, für uns jetzt hier zum Beispiel, 18.000. Also, 18.000 könnten halt davon übernommen werden. Also, die wird man wahrscheinlich dann auch wiederbekommen. Ähm, so, aber das ist ja alles jetzt schon in diesen Schätzwerten da oben eingerechnet, eingeschätzt. Also, wahrscheinlich kriegt man noch einen Ticken mehr, als das, was man jetzt hier hat. Ähm, aber nicht so viel, ja. Genau, und dann hat man halt noch hier die anderen Dinge, sowas wie einen Buf, die, äh, ja, einen 450-Euro-Job für eine Sekretärin, die jeden Tag zwei Stunden da ist, und einmal die Anwesenheit der Schüler nochmal überprüft, und E-Mails kurz beantwortet, und, äh, ans Telefon geht, und so. Bei einer kleinen Schule mit 30 Schülern sollte das eigentlich reichen. Das ist extern, Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung. Die anderen Sachen habe ich in dem Beispiel für Hamburg auch schon alle mal ausführlich erklärt, in einem 50-minütigen Video, ne. Erkläre ich das aber nicht mehr so ausführlich hier. Werbungskosten, um, ähm, Anzeigen, Facebook-Werbung machen zu können für die Schule, um vielleicht mal einen Werbefilm zu drehen, einmal im Jahr oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Lernmittel pro Schüler 100 Euro, das kriegt dann die Schulversammlung, und damit kann die Schulversammlung dann, äh, entscheiden, was man damit macht. Und das Geld, was von der Schulversammlung nicht verwendet wird, können die Schüler vielleicht auch auf unkompliziertere Art und Weisen ausgeben. Fortbildung für Mitarbeiter, ja, viele Dinge. Reisekostenvergütung, falls die Lehrer einmal im Jahr zu einer Konferenz fahren wollen oder so. Oder zu einer Fortbildung. Reinigung, eine 450-Euro-Kraft am Anfang. Heizung haben wir jetzt im Moment hier sehr, sehr hoch eingetragen, weil wir ein sehr altes Gebäude im Auge haben, was wir vielleicht, ähm, mieten wollen. Und, ähm, das hat einen sehr, sehr schlechten Energieheizwert. Und deshalb habe ich da vorsichtshalber erstmal sehr viel eingetragen. Ähm, bei der Mietkosten, ähm, sie ist dafür aber ein sehr, sehr geringer Wert eingetragen im Moment. Also, mal angenommen, man würde das ganze Gebäude mieten, dann würde das gleich bleiben. Und das Gebäude ist aber so groß, da würden auch locker 80 Schüler reinpassen oder 90 Schüler. Das heißt, die ersten Jahre bezahlt man da eigentlich ein bisschen zu viel. Aber dann später, ähm, wenn man halt wächst, ne, auf, ja, dann hat man da keine höheren Mietkosten. Ja. Berufsgenossenschaft muss man Mitglied sein, damit die Mitarbeiter, ähm, unfallversichert sind. Schüler sind in der Regel kostenlos unfallversichert. Muss man dann nach Bundesland jeweils sich erfragen. Erstausstattung ist auch, ähm, sehr niedrig ausgest... äh, äh, hier eingetragen. 20.000, das kann auch deutlich mehr sein. Da müsste man vielleicht mehr Kredit aufnehmen. Da muss man halt gucken, was man so bekommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel das eine Haus bekommen, was wir im Auge haben, das ist eine ehemalige Gaststätte, da könnte es sein, dass wir die ganze Einrichtung mitbekommen. Und dass wir dann, ähm, schon genug Stühle und Tische haben. Ähm. Und, ähm, da muss man zu Toiletten auch und so. Und da müsste man halt gucken, was man sonst noch so braucht an, ähm, Lernmaterial, ob man das vielleicht Secondhand gestiftet bekommt oder günstig bekommt oder ob man das als neu kauft. Ich meine, wenn man das als neu kauft, dann wird das ja schnell deutlich, deutlich mehr als 20.000 Euro. Muss man mal gucken, ne? Ähm, ja. Die anderen Sachen hatte ich auch schon gesagt. Rechtsschutzversicherung ist wichtig, falls man dann doch mal verklagt wird. Vermögenschadenshaftpflicht ist sehr wichtig. Die ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Wie dieser Wert jetzt zustande kommt, weiß ich gerade nicht. Aber die ist sehr wichtig, falls der Vorstand oder die Schulleitung oder irgendwer mal, ähm, ein Problem hat mit, ähm, dass das Geld mal irgendwie durch einen Überweisungsfehler verschwendet oder so. Und, äh, also wo es nachweislich halt nicht vorsätzlich ist, aber wo dann halt, äh, doch mal durch, durch Unaufmerksamkeit oder Fahrlässigkeit oder so Geld verloren geht, dass man da versichert ist, dass man halt nicht als Privatperson da verhaftet. Betriebshaftpflicht auch wichtig, falls mal jemand was kaputt macht, eine Kamera oder so. Wissenschaftliche Evolution. Bei uns in unserem Konzept ist das auch vorgesehen, dass man halt die Schüler einmal im Jahr in Hinsicht im Hinblick auf Selbstwirksamkeit und, ähm, Glück und, äh, Sozialbeziehungen und so, also subjektives Wohlbefinden, sagen die Experten. Einmal testet. Mitgliedsbeitrag bei OEDEC. Ja. Und wenn man das dann erstmal ausrechnet, kommt man drauf, dass man halt bei diesem Finanzplan hier dann im Jahre 8 wieder, äh, raus ist aus dem Kredit. Und man könnte sogar davon ausgehen, bei diesem Gebäude jetzt, ne, da könnte man auch noch deutlich mehr als 50, äh, Kinder haben, da könnte man bis auf 70, 80 Kinder hochgehen. Und, ähm, wenn man das macht, dann, ähm, ja, dann, äh, würde man wahrscheinlich deutlich mehr Geld haben auch noch. Dann würde das noch besser aussehen. Aber ich habe jetzt mit maximal 50 Kindern gerechnet, lieber ein bisschen konservativ. Und, ähm, so, das ist jetzt der, der Plan für Niedersachsen. Das ist jetzt nicht unbedingt der endgültige Finanzplan, das ist jetzt der aktuelle Stand für Schule des Lebens Schneeverding, für unsere Gründungsinitiative. Und, äh, das wird sich sicher noch einiges ändern, wenn wir noch konkretere Infos an Vorgaben haben, vom Kultusministerium vielleicht, und wenn wir auch noch mal, äh, genaueres zum Gebäude wissen, und, äh, all solche Dinge, die dann noch eingefließen müssen. Aber man hat schon mal eine ganz gute Vorstellung davon, dass es so, äh, funktionieren kann. Und viele Dinge werden wahrscheinlich auch so ungefähr bleiben. Also, viele Kostenfaktoren, so, wahrscheinlich gerade das Personal und so. Ja, ähm, später kann man übrigens, wenn man dann tatsächlich mal da hinkommt, im Jahre 8 oder so, dass man jetzt so einen Überschuss von 70.000, 60.000 Euro im Jahr hat, dann könnte man das Schulgeld vielleicht noch senken. Wenn man jetzt mal so guckt, zum Vergleich, ne, da haben wir jetzt 70.000 Euro im Jahr. Das Schulgeld ist dann in diesem Jahr bei, ähm, na, 130.000, also dann könnte man das um mehr als 50% senken. Man kann aber auch Rücklagen bilden, was vielleicht noch mal noch sinnvoller ist, um dann später ein Gebäude zu kaufen, oder anzubauen, oder, ähm, eine Zweigstelle zu gründen, oder, oder, oder. Ja, ich hoffe, dass das jetzt, äh, Ausschluss gegeben hat. Ähm, im Grunde genommen kann man das dann so für jedes, äh, Land machen, für jedes Bundesland. Also, bei Schleswig-Holstein, ich gehe nochmal, ne, Schleswig-Holstein habe ich da auch. Ja, da ist es zum Beispiel so, da ist die Wartefrist nur zwei Jahre, da kriegt man halt hier, ne, von der Schulbehörde ab dem Jahre drei Geld. Das ist natürlich sehr gut. Ähm, das ist jetzt wieder eine ganz andere Tabelle. Und hier sieht man, hier hat man auch für einen Gemeinschaftsschüler, also einen Schüler ab der fünften Klasse, auch nochmal mehr Geld, und für einen Grundschüler auch deutlich mehr Geld, als in Niedersachsen. Also in Niedersachsen waren das 2.600, 2.800, und hier sind es nur 4.000. Also in Schleswig-Holstein ist es auch nochmal besser, finanziell gesehen. Aber, ähm, wenn jemand noch Fragen hat, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden, bei, äh, www.schoolsoftrust.com findet ihr meine E-Mail-Adresse, und, ich beantworte gerne jederzeit alle möglichen Fragen. Okay, dann wiederhören, und bis dann. Ciao. Ciao.